Wir begrüßen Sie herzlich in der ESG Korn-Westheimer Sportgaststätte in Korn-Westheim im Kreis Ludwigsburg. Genießen Sie in unserem gemütlichen Restaurant mit Biergarten, gutbürgerliche Küche und erfrischende Getränke. Auch ein wechselnder Mittagstisch gehört zum Angebot unserer Gaststätte. Ob in der Mittagspause, nach Feierabend oder nach dem Sport. In angenehmem und hellem Ambiente werden Sie von unseren freundlichen Mitarbeitern bedient. Seit 2014 begrüßen wir Sportler, Nutzer des Geländes und Gäste aus der Region in unserem neuen barrierefreien Räumlichkeiten. Natürlich können Sie unsere Gaststätte auch für Ihre Geburtstagsfeier, Hochzeit- oder Familienfeier buchen. Unser Nebenraum bietet Platz für bis zu 30 Personen und im großen Saal der angeschlossenen Jahnhalle finden bis zu 200 Partygäste Platz. Unsere Speisekarte bietet kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Vom saftigen Steak über regionale Spezialitäten wie Spätzle und Zwiebelrostbraten bis hin zum frischen Salat. Bei uns findet jeder etwas Passendes. Das Team der ESG Korn-Westheimer Sportgaststätte freut sich auf Ihren Besuch.